Hallo Leute, hier ist euer Dr.Skamp und willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir wieder ein Top Replay von dem Spieler 1HP, you get dragged by mir auf der Karte Ruinberg mit Objekt 260. Und ja, bevor das Gefecht startet, fangen wir schon mal mit den wichtigen Sachen an, die wir auf jeden Fall immer beachten müssen, das ist das Setup. Und wir analysieren eben kurz sein Setup, drücken dafür mal kurz auf Pause und gucken uns dann ganz in Ruhe und gelassen an, um zu entscheiden, wo man sehr gut hinfahren kann. Zuallererst müssen wir erstmal überlegen, was kann unser Panzer und das ist ein 260, ein Heavy, der mobil ist. Also ein Heavy, ein Medium Variante, wie man es eher betrachtet, einfach ein mobiler Heavy, der jetzt nicht so stark gepanzert ist. Er kann aber Holddown gut funktionieren, denn der Turm ist trotzdem nicht schlecht. So, potenzielle Gegner auf dieser Karte, wenn man sich jetzt Holddown hinstellt, wären Kranwagen und Eskong, so wie T-62 Alpha. Die haben alle einen sehr guten Turm, der E3 grundsätzlich sehr gut gepanzert, der T-95 sehr stark gepanzert und ja, 705 ist gut gepanzert, kann aber nicht so gut Holddown stehen natürlich, aber kann von der Ecke aus sehr schön Sidescrapen. Die drei Heavys, also 50TP, E75 und M103 sind gut, aber man kann gegen die immer noch sehr gut spielen mit den 260, also es funktioniert, kommen natürlich dann auf den Spieler an. Und der Jagdpanzer E100 könnte noch problematisch werden, alles andere ist Pappe und da haben wir gar kein Problem mit das Out zu playen. Wo fahren wir dann jetzt hin und was macht jetzt unser 1HP Yuga Track bei mir und zwar fährt er nach links. Wir hätten jetzt die Variante natürlich auch in die Mitte reinzufahren, ist ein bisschen problematisch, da sie sich hier oben sehr gut stehen können und dann ungespottet hier reinschießen können. Zum anderen ist die Position hier nicht mehr so stark, wie sie früher mal war. Ja, deswegen entscheidet er sich jetzt nach unten hinzufahren, jetzt ist die Frage, wie aggressiv fährt man. Wie schon vorhin erwähnt, das 260 ist sehr schnell, deswegen nimmt er sehr schnell die Midlane, aimt hier direkt den Leo PTA ab, gibt ihn eine mit und wir haben schon den ersten Hit gelandet. Das 432 geht nochmal auf, da kann man auch nochmal drauf schießen. Also erstmal in Ruhe die Mid-Up Aim, ohne Probleme zu haben, dass man beschossen wird, denn man ist weit genug weg, dass man gespottet wird. Hier kann man wieder drauf zurückkommen, Setup-Analyse, kein Light und keine Artie da, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Dadurch, dass kein Light da ist, ist es hier zu crossen komplett problemlos, man kann nicht beschossen werden, außer jemand piekt hier oder hier aggressiv vor. Dass hier jemand aggressiv vorpiekt, war schon direkt gesehen worden, dadurch, dass der T-54 hier ist und der CS. Also konnte mich hier ohne Probleme stehen und einfach rüber schießen. Es gibt keine Artie, das heißt man kann auch hier theoretisch hinfahren oder hier vorne an der Ecke stehen, ohne Angst zu haben, dass von oben irgendwas zugeflogen kommt, was man eigentlich nicht haben möchte. So, gucken wir mal weiter, also er nimmt hier die Position und hat hier die Panzer, die ich meinte, die Turm spielen können, der T-62 Alpha, der ist dann ein bisschen schwierig mit dem zu spielen. Und er trifft hier den E-75 in die Kuppel, kassiert aber auch, und wir gucken uns mal an, wo er getroffen wurde. Also er wurde hier in diese Kuppel quasi getroffen. Von oben aus wurde er durchgeschossen. Hatte sich erstmal selbst gewundert. Hier sehen wir, dass der E-75, der E-75 komplett sich schlecht hinstellt. Also so darf man sich auf keinen Fall hinstellen, dass man quasi mit der Kette nach vorne und Turm so weit hinten steht. Er hätte da eher selbst scrapen können. Hier, also er, was er auch macht, also wir können mal kurz hier mal betrachten, wie langsam, also wie minimal er rausfährt. Also er fährt wirklich so raus, dass er gerade nur schießen kann, um möglichst wenig Angriffsfläche auf sich zu zeigen. Also er spielt hier sehr akkurat und das ist wirklich sehr schön, das kann man sich sehr gut aneignen, so eine Spielweise. Was man auch beachten muss, warum er hier sehr gut stehen kann. Wir haben hier Heavies, die hier spielen und wir haben hier drei Panzer, die uns deffen, davon zwei TDs. Und die beide auch einen guten Schaden raushauen. Also deswegen kann man hier auch an seiner Stelle sehr gut stehen, ohne Angst zu haben, dass man jetzt einfach nur Outpushed wird. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegner da jetzt einfach rüberpushen, ist eher sehr gering. Denn die würden eher drauf gehen. Hier wird da vom S-Kong durch das Geschütz, also das Geschütz kaputt machen, gepennt. Er ist sehr unlucky, muss hier das Tripkit natürlich drauf verwenden. Fängt hier einen enormen Schaden dadurch, dass er halt so wenig von seinem Turm überhaupt zeigt und dann auch noch hin und her wackelt. Also er steht auch nicht einfach nur auf einem Punkt, wie viele das machen. Also die stellen sich an diese Ecke und warten, bis die Gegner vorpiekt, das tut er jetzt auch nicht zwingend. Also er fährt auch noch hin und her, lässt sich jetzt nicht so leicht da beschießen. Versucht hier nochmal die Kuppel abzuhämmen, gelingt ihm leider nicht. Er schießt die ganze Zeit Heat, also eine sehr gute Penn-Wahrscheinlichkeit. Die Heat hat einen Durchschlag von 340, also Russian Heat. Hier hätte ich vielleicht versucht, den 705 Alpha die Kette abzuschießen. Oder hat er die Kette schon runter? Weiß nicht, vielleicht hat er auch die Kette runter? Ja, der hat die Kette runter, aber man hätte dennoch auf das erste Kettenrad schießen können. Dann hätte er die noch länger down gehabt. Aber das ist jetzt nur so etwas von mir. Das dennoch hat ihn ja gepennt und Schaden gemacht, deswegen passt das. Hier fährt er T95 raus. Den kann er einen mitgeben. Wird hier von 50TP zum Glück nur getrackt. Also hier hätte er auch potenziell Schaden kassieren können. Das war eher Lucky, dass er ihn getrackt hat. Aber Lucky gehört nun mal dazu. Jetzt sind die Gegner hier schon ein bisschen aggressiver. Und wir können uns auch mal kurz angucken, warum das so ist. Warum hier die Gegner aggressiver sind, ist eigentlich ganz einfach. Der Kinderwerfer ist mittlerweile hier, der FV. Und der Objekt hier. Das heißt, sobald hier keiner mehr steht, können die Gegner hier aggressiv und hier aggressiv rumfahren. Denn ja, hier die Beschusslinie ist nicht so schlimm, wie wenn die hier hold down hinter diesen Dingern stehen. In dieser Schießschotte. Deswegen können die Gegner hier auch aggressiv spielen. Aber wir müssen auch beachten, wir haben gerade hier oben das Dorf gewonnen. Das heißt, wir können uns auch hier ganz entspannt zurückziehen. Hier stehen unsere Panzer. Hier ist alles gewonnen. Also diese Linie gehört trotzdem uns. Und wir haben auch theoretisch Map-Control. Wobei man sagen muss, das Gefecht findet ihr jetzt gerade nur in der City statt. Hier sehr schön, wir ketten den M103. Dadurch steht er da erstmal und wir können ganz entspannt da Schaden drauf haben. Kriegen auch noch einen Kettenschaden von 750. Sehr schön, wir haben jetzt 4.600 Schaden, 1.000 Spot. Und es steht erst 4 zu 4. Also, ja, sehr viel Schaden geschossen und dennoch ausgeglichenes Ergebnis. Hier eher unlucky geaimt auf den. Kommt auch vielleicht, weil die Heat eher seitlich gerne mal in die Ketten hängen bleibt. Da könnte eine APCR helfen. Aber ich muss auch dazu sagen, man kann das jetzt nicht so direkt vor dem Moment schon wissen, okay, ich werde gleich Heat oder APCR ganz sicher gebrauchen. In dem Moment war das nicht bewusst. Er, was er auch ganz gerne macht, er hat ein Mod aktiv, dass er rauszoomen kann. Und er guckt sich an, okay, wie die Gegner hier jetzt vorfahren, um sich einen guten Überblick über das Gefecht zu machen. Also, er hat ziemlich gute Übersicht über das Gefecht und wie die Gegner und Verbündetenverteilung ist. Was auf jeden Fall sehr schwer ist, so eine gute Übersicht zu haben. Hier wird ein bisschen gepusht. Hält sich aber sehr safe. Also, er saved seine HP. Ist aber dabei aggressiv. Und das ist wirklich schwierig. So viel Schaden zu machen und dabei keinen Schaden zu kassieren. Also, fast keinen Schaden zu kassieren. Zwei Hits hat er kassiert. Jetzt kriegt er einen mit HE. HE ist immer der Balance. Also, HE balancet wie immer alles. Das wissen wir ja. Und hier entscheidet er sich jetzt einfach wegzufahren. Gegen T95 mit HE zu spielen macht keinen Sinn. Dann kann man besser hier auf die Gegner schießen. Hier pennt er den T10 nur deswegen nicht, weil er Hit geladen hat. Also, hätte er den mit APCR geschossen, bin ich mir sicher, da hätte ihn den gepennt. Weil die Heat halt an den Ketten hängen bleibt. Das ist also die Magic von den Ketten sozusagen. Das ist Spaced Armor, glaube ich heißt das. Also, er ist weiter auf Heat. Hier hätte ich tatsächlich wirklich Gold, äh, nicht Gold, APCR geladen. APCR in die Seite funktioniert genauso gut. Hat zwar weniger Durchschlag, aber man hat nicht die Gefahr, dass man hier an den Seiten hängen bleibt, da man eh in die Seiten vom Panzern schießt. Hier unglücklich den T57 Heavy beschossen. Naja, bei 6k Damage und so einem spannenden Gefecht, da kann das schon mal passieren. Kann hier jetzt in aller Ruhe den Jagdpanzer auf E100 beschießen. Und, ja, benutzt das Frag als Deckung, kassiert hier von dem Jagdpanzer und jetzt hat der Jagdpanzer ihn quasi seine ganze HP, die er über das Gefecht so mühsam gesaved hat, einfach weggenommen und jetzt ist der One-Shot. Aber, er hat 7000 Schaden schon mal. Wir gucken mal weiter. Er benutzt das Frag als Deckung. Also, er fährt nicht doof um die Ecke rum, sondern spielt so safe, wie es nur geht. Versucht möglichst viel rauszuholen, wie es nur möglich ist. Es steht 9 zu 6. Also, eigentlich ist alles auf Erfolg, wie sie stehen von vorne und von hinten zu den Gegnern. Im Normalfall sieht das nach einem kleinen Sieg aus. 10 zu 7, die Base wird schon gecappt. Hier, der E3 schießt mit AP und Bounce an dem Turm und, naja, die letzte Hit für den E3. Wir können ihn schön in die Unterwanne durchschießen, stehen Holddown für ihn. Benutzen den Frag als Deckung, so dass er wirklich möglichst wenig Angriffsfläche auf uns hat. Geben ihn nochmal in die Unterwanne. Also, E3 kann er ja auch nur durch die Unterwanne frontal pennen. Der E3 steht einfach frontal, schießt gerade den Kinderwerfer raus, so dass wir den rausnehmen können. Er steht nur noch 13 zu 12. Der Eskung hinter uns, auch sehr schön gesehen, versucht sich hinter den Wracks zu safen. Also, sehr schöne Übersicht, versucht sich super hinter den Wracks zu safen, was man auch für sich mitnehmen kann, auf jeden Fall. Also, er nutzt jede ihn erdenkliche Deckung, um möglichst keinen Schaden zu bekommen. Also, ich finde das wirklich sehr, sehr schön, wie er das, ja, wie er das managt, seine HP zu safen. Hier, maximal, wirklich maximal vorsichtig vorgefahren, um den E75 zu pennen. Also, nicht hier einfach raus und rein und ich hoffe, er bounced oder so einen Scheiß. Nein, maximal vorsichtig, benutzt die Wracks als Deckung, benutzt jede erdenkliche Hilfe. Also, sehr schönes, ähm, ja, mir fehlt gerade vielleicht das Wort dazu, sicheres Gameplay von ihm. Hier gibt er den Eskung noch den Hit mit, hat 10.030 Schaden, 4 Kills, 14-14 und es bleibt ein 600er PS-Kong gegen ein 1500er Type-61. Und wir gucken jetzt einfach, was passiert. Der Type kassiert die Erste. Wir beschleunigen, wir gucken, dass man ein bisschen verschnellert, dann ist es dann auch ein bisschen witziger. Er schießt ihn mit HE. Der Type-61 schießt mit HE auf den Eskung. Hier fährt er nochmal raus. Eskung gibt ihn und er schießt ihn mit HE 28. Und das ist ein Verhängnis. Jetzt hat er nur noch 600, habe ich gegen 600. Gibt ihm den einen, Eskung den anderen. Schießt ihn nochmal und Eskung nimmt ihn raus. Und das nur, weil er mit HE frontal auf den Eskung geschossen hat. Eskung auch 9 Kills, also hat auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Und, ja. Wir haben 10.030 Schaden. Also wir haben die 10K-Marke in dem Gefecht geknackt. 5.410 geblockt. 1.000 gespottet durch die Track-Hits. Und verloren. Also ich weiß nicht, wie... Ich will gar nicht gerade das Wort. Wie bitter vielleicht, wie bitter so eine Niederlage ist, wenn man 10K hat. Aber, ich denke, wir können aus diesem Gameplay sehr vieles mitnehmen. Auch viele Punkte, die ich vielleicht erwähnt habe. Es gibt bestimmt auch Punkte, die ich nicht erwähnt habe, die er bewusst gemacht hat. Ich kann mich nicht komplett in seine Situation reinversetzen, wenn man das gerade spielt. Ich hoffe, ich konnte euch das maximal gut erklären. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Und, ja. Ich würde mich über ein Like und Abo freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.